Ich glaube, ich kann dieses Mädchen darstellen, wenn ich will, auch wenn ich nicht dieser Typ von Mensch bin. Aber ich kann so eine Diva sein wie sie, ein launiger, etwas luderhafter Teenie-Star. Ich kenne diese Welt. Insofern bin ich sehr amerikanisch. Das funktioniert gut. Es gibt im Film eine echte Dynamik zwischen Juliette und mir, zwischen Maria und Joanne. Das ist verrückt, denn sie ist eine reife französische Schauspielerin und ich, also Joanne, ein völlig psychotisches Hollywood-Sternchen. Aber es funktioniert und ich glaube, wir sind in unseren Rollen sehr glaubwürdig.